Hallo Freunde und willkommen zurück zu Metroid Prime 2. Das letzte Mal sind wir endlich weitergekommen. Ja, man kann es heutzutage fast gar nicht mehr glauben. Da ist ein relevanter Scan. Oh, Kreese-Kovernier. Cool. Bergung der Energie. Okay. Im letzten Part sind wir in die tiefsten Katakomben gegangen. Sind hier nicht mal weitergekommen sogar. Ich habe irgendwie in Erinnerung, dass wir Daxamus kamen. Ne, ich weiß es nicht. Irgendwas war hier noch. Weiß nicht. Ach, das war dieser Assi-Raum, glaube ich. Oh, nein. Naja, gut. Gehört wohl irgendwie dazu. Jetzt wollen wir mal gucken, wie wir hier gescheit weiterkommen. Also wieder die blöden Fischis. Komm, komm mal an. Komm mal an. Arschloch. Los, stell dich. Meine Missheiz gehen langsam aus. Das möchte mir dann doch nicht so ganz gefallen. Hä, wo ist der Fisch jetzt hin? Hat er da einen Unfall gebaut? Der hat wohl gerade einen Unfall gebaut? Ne, da ist er. Hallo. Gast. Mann, mir geht meine Missheiz aus. Das sollte ich nicht so leichtsinnig mit denen umgehen. Das mögen die bestimmt auch nicht. Da ist ein relevanter Show, äh, Show, so sei ich schon, Luminoth-Scan. Boah, ist so dunkel hier, ne? Ist echt nicht wahr. Was heißt dunkel? Irgendwie so alles so... Boah! Mega leck. Irgendwie so bleich. So ganz komisch. Und in Wassergebieten scheint wohl auch mein Grabber wieder abzuschmieren. Das möchte mir nicht so ganz gefallen. Aber naja. Ich komme jetzt einfach hier zum Portal. Mein Gott, was war denn das gerade? Oh! Ah ja, guck euch das mal an. Hier, das ist die Tür. Für den dritten Beam. Ich glaube, den Beam, ich weiß ja nicht mehr, wie wir den bekommen, aber es dauert echt noch lange, glaube ich. So. Geschichtsvermächtnis. Schön. Hm. Ja, hier scheinen wir irgendwie nicht weiterzukommen. Das heißt wahrscheinlich, wir müssen in das Portal rein. Entweder das, oder wir müssen tatsächlich in die andere Tür. Oder wir gehen einfach hier rein. Wir können ja... Ne, warte mal. Ja, da komme ich ja immer nur da wieder raus. Ah, da kann ich mir vielleicht den Weg eröffnen, dass ich so sage... Ja, Abkürzungen, ne? Dass wir nicht den Umweg gehen müssen. Ja, komm, das mache ich mal eben. Scanner raushalten. Raushalten. Raus. Draußen lassen. Um einfach mal zu gucken. Ich gehe einfach nur noch als Maufbein rein, weil es ein bisschen schneller geht. Pew. Äh. Pew. Ah ja, jetzt kann ich die schön von hier öffnen. Also diese Klappe da. Habe ich recht? Da war gerade irgendein blauer Scan, habt ihr es gesehen? Das sind andere Fische. Blockling. Okay. Aktuell ist wie das Block Jungtier. Ah ja. Auch noch eine junge Version. Schön, dass ich den auch noch scannen durfte. Ne, ernsthaft. Finde ich wirklich schön. Glaub ich... War der das letzte Mal auch schon da, oder ist der jetzt nur neu? Was ich den noch gar nicht hätte scannen können. Ich weiß es nicht. Hm. Na ja, wenn wir Maufbeinbomben, kann man das schlecht öffnen. Hm. Ja gut, dann probieren wir einfach mal in den... Wo ist denn der? Wann ist das Portal? Jetzt war er da, ne? Hier kommen wir gar nicht hin, glaube ich, oder? Da kommen wir gar nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Da kommen wir nicht hin. Da, da, da kommen wir nicht hin. Da kommen wir einfach nicht hin. Gut. Dann gehen wir einfach wieder zurück. Meine Munition ist überhaupt wieder bald leer. Wird mal Zeit, dass wir so ein Upgrade kriegen, damit wir mehr Munition tragen können. Wieder diese Sprees, oder wie die hießen? Spree. Spree, das war doch bei Wind Waker. Bei dem, bei dem, bei dem... Schiffe versenken, spiel mal. Nicht, Splash, hat er gesagt, ne? Splash. Nicht Spree. Ach, keine Ahnung. Pew. So. Hm. Was waren wir da drin? Wir können ja noch den Weg gehen. Mach ich, glaube ich, auch. Ja, und in den kommt man dann erst ganz später rein. Ich glaube, war das, glaube ich. In den Game Gang, da kommen wir auch noch nicht rein. Wird Zeit, dass wir die Powerbomben kriegen, wa? Ha. Ähm. Ich muss wieder in die lila Tür, ne? War die lila Tür. Oder die jetzt blau ist. Da. Okay, man. Ist doch kein Problem. So, warum kam ich hier jetzt vorhin nicht hoch? Jetzt geht's doch. Mein Gott. Bin echt schon, kleiner Idiot, ne? Wow. Hier wieder Daxamus. Nicht wahr? Was ist das überhaupt? Standbild verfügt über Antriebseinheit, ist derzeit aber außer Betrieb. Bomben wurde im Standbild ermittelt. Genau, da kann man... Genau. Ich glaube, ich erinnere mich, da muss man irgendwie von hinten kommen. Hört sich jetzt eklig an, aber... Das ist nämlich ein Fahrschuh, da muss man eben runterfahren von hinten, und dann kann man das Ding aufschieben, da war der Missailcontainer oder so hinter. So war das, glaube ich. Wie der Mini-Blockling, da unten. Ja. Gut. Dann würde ich mal sagen, gehen wir den roten Gang? Nein, den blauen Gang, bis wir gehen. Dann müssen wir erstmal wieder erstmal alle besiegen. Nö, scheinbar nicht. Die lassen sich verarschen, indem wir einfach mal reingehen. So. Geht weg. Ich mag euch nicht. Ich möchte von euch keinen Schaden erleiden. So. Ich bin echt gespannt, was wir als nächstes für ein Upgrade kriegen, wa? Stimmt noch irgendwas dabei. Vielleicht sogar die Powerbomben? Ich erinnere mich, glaube ich, noch an die Powerbomben-Boss, der war, glaube ich, übel. Ich habe es aber nicht mehr genau in Erinnerung. So. Genau. Ich glaube, hier war der fiese Missailcontainer. Glaube ich wartet. Ich musste irgendwo anders rein. Oh, hier war anders noch. Da unten ist ja so ein Sohn-Sohn-Sohn. Das wir aktivieren müssen. Alter, wie das anfängt zu laggen hier. Wow, was ist los? Hm. Gut, dann aktiviere ich das erstmal, oder war es da hinten? Mann, wie war denn das nochmal? Ne, jetzt komme ich da unten ja nicht mehr rein. Ach man, wieso mache ich denn mal alles kaputt? Wow. Ja, was war denn das jetzt? Mann, irgendwo musste man dann so von unten rein, da irgendwie ganz komisch. Und dann war da was. Mann, ich weiß nicht, das wäre richtig gemein versteckt. Das weiß ich noch. Achso, ah, achso, das ist der gut, okay. Ich verstehe. Dann war das hier aber auch nicht. Komm, können wir noch später holen, denke ich. Aber das muss hier doch sein, oder? Wartet mal. Es gibt ja nur drei Gänge, in den anderen kam man erst ganz spät rein. Und da war das, glaube ich, nicht. Was muss hier sein? Ich gucke nochmal. Entschuldigung, was muss jetzt sein? Beim anderen war vielleicht auch noch was, aber ich erinnere mich noch so an die... ...an den Aufbau, wie das da aussah. Und das sah so aus. Wie hier. So, nämlich mit Röhren, oder was auch immer das sein sollen. So war das da. Hm. Sieht nicht so rührig aus. Oh, nee. Das sah aber so aus. Da bin ich mir ganz sicher. Komm schon mal, ich müsste mir noch vertrauen. Och ja, genau, jetzt... Hate! Und wieder rein. Elegant in der Luft gegleitet. Geglitten, ich weiß gar nicht. Hm. Ist auch so dunkel, also so... ...nicht hoch aufgelöst. Deswegen kann ich gar nicht sehen, wo ich wo rein kann, oder was das ist, oder? Mann, ey. War das hier? Nee. Ach, muss ich nochmal gucken, irgendwie. Sonst. Oder war es wirklich erst im Letzten? Ach, das sah so aus. Da bin ich mir relativ sicher. So. Geht schon. Und, von anders. Ach, die Dinger, genau. Ich erinnere mich. Okay. Die Gescheidung, die sich in den Händen... Äh? Was ist das? Es handelt sich um ein getarntes Feld zur Fortbewegung. Aha. Was ist das? Ach, jetzt muss man mit einer Powerbomb wegsprengen, glaube ich, ne? Denzium, genau. Da ist ein Spiegel. Ein Spiegel. Ach, irgendwie ist mir gerade kalt. Ich glaube, das muss man abschießen. Moment. Moment. Wie war denn das nochmal? Die Gescheidung dieses Felds soll die irgendeinem tatsächlichen Zweck ablenken. Durch Beschuss des Lichtkristals eine... Ah, okay. Okay. Alles gut. Komm, du bist erstmal tot. Komm, Rian. Dann... Noch einer. Du hast dein Kumpel wieder gegen die Wand gefahren. Okay, man. Lang ist das? Ein Lichtkristal. Das muss man ja eigentlich... ...mit... Darkbeam abschießen. Habe ich recht? Ja. Ich weiß auch nicht mehr, ob das jetzt mit Zeit ist. Oder ob der jetzt ewig umgedreht ist. Ich glaube, ewig auch nicht. Ja, das war eine tolle Aktion gerade. Mensch, dann muss ich hier von hier rauf. Ich glaube... Ne, ich glaube, das war nicht... ...unendlich lang. Das dürfte nicht unendlich lang gewesen sein. Oh, eine Wand. Erneuter... Erneuter... Was? Achso, erneuter Schrecken. Ich dachte... ...das Schrecken... ...der Schrecken... ...das Schrecken... ...verwirrt. Aber es ist schon richtig. Ich war nur mal wieder zu blöd. Aber das... ...ist ja blöd. Hat der sich wieder umgedreht hier? Ne. Dann bleibt der wohl so... ...kann ich mir jetzt nicht anders erklären, weil... ...wie soll ich denn da sonst sonst ganz rüberkommen, ne? So, hepp. 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 So. Hier wieder... ...für nicht. Für nicht? Geht nicht. Von Arsch. Hier kann ich aber rein. Tut, 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 tut. Ah, das ist ein Portal. Okay. Wieder mal. Was ist denn noch sonst? Komme ich da hin? Oh, das sieht mir ganz so aus, als wenn wir bald den Spider-Boy kriegen. Das kann natürlich auch gut sein. Hier wieder schön. Ah, Flash. Ach nee, das tut weh. Verdammt. Wie viel Schaden macht das? Gar nicht mal wenig. Na gut. Dann, äh, ab ins Portal, würde ich sagen, ne? Erstmal wieder warm schießen. Muss man warm schießen, so ein Portal? Oh. Ja, schön, ne? Wenn ich so einen falschen Mimam schieße. Was kann ich eigentlich? So, wieder ein schöner Dimensionswechsel. Hat man schon lange nicht mehr. Oh. Ach ja, übrigens, ne? Also, ähm... ...mein Grabber ist ja ein bisschen scheiße, wie ihr wisst. Aber die Tatsache, dass ihr überhaupt nichts seht. Hier geht's ja noch. Das ist nicht nur bei dir so, das ist bei mir auch so. Also, ich seh das genauso scheiße, wie ihr. Das wollte ich sagen. So, du scheiß... ...löder Pirat. Mann, 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 Mann! Pfff! Mann! Äh. Aua? Äh, Leute, wo ist er hin? Mann, die wechseln in ihre Position immer. Das ist voll dumm. Pfff, komm ich eben hoch. Das ist aber kein anderer, oder? Ich weiß ja, wie so eine Zwischenboss-Musik ist. Doch, das ist ein anderer, oder? Wo tante ich der Spacken denn immer? Ne, das ist ein dunkler Kumano-Pirat. Ist er tot? Einfach so? Was bin ich tot? Okay. Was ist das da? Ähm, die Wand. Schön. Äh, jetzt bitte nicht runterrollen wieder, wegen der Dummsteuerung. Danke. Ah ja. Oh, voll der Laser, kann ich jetzt voll alles kaputt machen. So, cool. Ah! Okay, ich verstehe. Hat jetzt so gesehen nichts gebracht, wenn man mal so hinguckt. Aber jetzt ist in einer hellen Welt, äh, na, ja doch, in einer hellen Welt auch was passiert. Okay, will ich aber grad trotzdem nochmal gucken. Irgendwie ist mir grad so kalt hier in meinem Zimmer, ne? Das ist echt nicht wahr. So, da komm ich nicht rein. Ach so, dann müssen wir in einer dunklen Welt hier. Ja, klar. In einer dunklen Welt können wir auch nochmal in diese Gänge rein, ist klar. Gut. Dann können wir getrost wieder in die helle Welt. Würde ich mal behaupten. Wir können natürlich mal in die Grütze da gehen. Ich glaube, da ist sogar irgendwo ein Missile-Container drin, aber ich trau mich nicht. Da hab ich Angst vor. Tch, wer will. Warum sehe ich Angst sein als was Schlechtes an? Angst haben, Angst sein. Nein, meine Wortwahl heute, ne? Die ist ja echt richtig für ein Popo. Angst haben ist ja nichts Schlimmes. Es bewahrt uns davor, dumme Dinge zu tun. Aber manchmal ist es dann vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Gut, aber sind die jetzt wenigstens rumgelegt? Jetzt sind die wieder normal, okay. Jetzt darf ich die hier schon mit meinem kaputten, fast schon kaputten Beam abschießen oder was? So richtig beim Vorbeigehen einfach. Hm, gefällt mir aber noch nicht, dass wir fast keine Missile mehr haben. Und der Part ist auch schon vorbei wieder. Aber irgendwie möchte ich gerade mal so ein bisschen weiterspielen, weil wir eh total unproduktiv sind. Und hier gerade keine Speicherstation ist. Das ist natürlich auch ein Faktor, aber naja. So was ist denn jetzt mal passiert, wenn ich dahin geschossen habe? Gar nichts nämlich, genau. Was hat denn das jetzt gebracht? Ah, aha, aha, okay. Das ist eine Plattform, okay. Puh. Ah. Alles klar. Also, glaube ich wirklich, dass wir hier gleich den Dings bekommen, wach. Den Magnetball. Oh, hallo. Ich habe schon eine Pryde. Au. Oh, wie gemein. Oh, Alter. Na klar. Jetzt habe ich mir nur richtig viel abgezogen bekommen. Einfach nur. Irgendeine Unfähigkeit. Ich brauche ein Boss. Ich wäre ein neues Item. Das wäre gar nicht schlecht. Oder vielleicht mal ein bisschen Munition. Das wäre auch nicht schlecht. Ach so. Okay, jetzt sind wir. Wieder hier. So gesehen gar nicht schlecht, aber... Ah, ich wollte gerade sagen. Wetten, das geht jetzt in der Mitte. Auf, alles klar. Okay. Äh, Freunde. Dann würde ich mal sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wach. Ich gehe, glaube ich, mal eben offscreen oben in die Speicherstation, um mich mal eben aufzuheilen. Und dann sehen wir uns hier gleich auch wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.